Ja, hier ist Kurti nochmal. Jetzt habe ich gerade gehört, in den Nachrichten war das, glaube ich, die ich immer gerne gucke, die Nachrichten da im Fernsehen drin. Und die wollen jetzt die Nachrichten in einfacher Form bringen, in einfache Form bringen, sagen die, damit die alle, die Leute, die alle auch verstehen. Das finde ich unheimlich gut, weil ich habe oftmals die Nachrichten gar nicht richtig verstanden, was die sagen wollen. Aber ich habe immer nur, was man machen soll. Und jetzt wollen die, wollen die die einfacher, da ist das und da ist das und das musst du machen. Und das ist ja auch total richtig, weil wir haben ja auch gar keine Ahnung. Die, die die Nachrichten da machen, die haben richtig die Ahnung und den Durchblick. Und wir sind ja eigentlich dumm, was das angeht. Wir müssen ja nur wissen, was wir machen sollen. Und das finde ich eine tolle Idee, denen die da eingefallen ist. Das sollen die mal so weitermachen. Das ist eine tolle Idee. Das ist ein tolles Mal. Das ist eine gute Idee, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt annoying. Untertitelung des ZDF, 2020